Die PI-Konferenz 2013 fand in diesem Jahr in Düsseldorf im alten Kesselhaus statt. Eine Veranstaltungslocation der besonderen Art. Ich freue mich, dass wir dieses Jahr noch mehr Teilnehmer haben, noch ein bisschen größer geworden sind. Leitthemen der diesjährigen Tagung waren Integration und Diagnose. Das Programm richtete sich sowohl an Endanwender, Entwickler, Systemintegratoren, als auch an Maschinen- und Anlagenbauer aus Fertigungs- und Prozessautomatisierung. 270 begeisterte Teilnehmer waren aktiv während der beiden Konferenztage dabei. Fragen und Diskussionen mit den Referenten belebten die rund 30 Fachvorträge in parallelen Sessions. Der Austausch mit anderen Teilnehmern wurde in den Pausen fortgesetzt. Networking stand im Fokus. Darüber hinaus inspirierten informative Firmenaustellungen. Höhepunkte der Veranstaltung waren die Podiumsdiskussion zum brandaktuellen Thema Industrie 4.0, mit hochkarätigen Vertretern aus Industrie und Wirtschaft, die Einblicke in das facettenreiche Thema schafften, sowie der humorvolle Einstieg in die Veranstaltung mit Komunien Bernhard Hohäcker, der auf seine Art spitzfindige Erklärungen zu Profibus und Profi-Net abgab. Also nicht linear heißt nicht hintereinander, sondern wie kriegt man die zusammen? Die angeregten Gespräche konnten bei der Abendveranstaltung fortgesetzt werden. Wir freuen uns auf die nächste PI-Konferenz in 2015.